Die heute gezeigte Rezeptur besteht aus 300 Gramm Guta, Vollmilchschokolade und 100 Gramm Kakaonix. Zuerst kleinere ich die Vollmilchschokolade. Zuerst kleinere ich die Kaffeeröste. Zuerst kleinere ich die Kaffeeröste. Zum Schälen habe ich mir einen kleinen Helfer gebaut. Für die Kakaonips nehme ich rohe Kakaobohnen, röchte diese und zerkleinere sie anschließend in die Maschine. Jetzt noch zerkleinern, dann habe ich alle zutaten. Natürlich kann man auch ungeröstete Kakaonips verwenden, die sind allerdings etwas härter. disguise� something. Je will d llevé alles in die Maschine einsch ause ich nicht kannst... Jetzt noch mal das Kakaonips. Kakaon sich ein Sagen beziehe. gloriusz ruhig, Turbogar 500ا. Ihr findet durchaus dann aber nicht nur das Kakaotsamotを ver sure Im Heißwasserbad wird die Kakaomasse verflüssigt und umschließt dann die Kakaonips. Gieße ich die heiße Schokomasse auf eine Backfolie und verteile sie dünn mit einem Teigschaber. Leider ist mir die Aufnahme missraten, sodass ich keine Bilder zeigen kann. Das Ganze muss zum Aushärten kalt gestellt werden, damit es anschließend gut geschnitten werden kann. Erster Schneidversuch. Jetzt die bessere Variante. Gijtaart ph shellen. Jone str우�ace in Teig sch洎stug und selbst Gefärdcere Chinnasium. Alles willkommen! Alle rivers verhalen Sie, ihre��에空間 gauern pela das caul. Untertitelung des ZDF, 2020